Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben drei Tage Pause gehabt. Ihr hattet drei Tage Pause von mir. Der Grund war sehr, sehr einfach. Ich wurde allen Ernstes auf Twitch gebannt beim Livestream. Aus dem Grund, der wurde mir per E-Mail zugeschickt, weil ich habe Einspruch eingelegt und es hat keine 60 Sekunden gedauert, bis der bearbeitet wurde, wegen sexuell anzüglichem Verhalten. Und jetzt könnte ich damit leben, auf Twitch mal irgendwie zwei oder drei Tage einen Bann zu bekommen, wo ich halt streame, weil Twitch als Streaming-Plattform ist einfach besser als YouTube, obwohl wir jetzt einmal deswegen YouTube probiert haben. Und YouTube war halt echt nicht so geil, weil man kann keine Musik im Stream spielen, außer sie ist nur Copyright und selbst die kann man nicht immer spielen, weil dafür gibt es auch Strikes und die Chat-Experience auf YouTube für Zuschauer ist nicht so geil. Also es gibt super viele Gründe, warum man wirklich auf YouTube aktuell nicht streamen will. Deswegen streame ich auf Twitch. Und Twitch hat mich tatsächlich gebannt dafür, dass ich im Stream von einem Zuschauer eine selbstgemachte Kerze gezeigt habe, aus so Harz. Diese selbstgemachte Kerze hatte die Form eines Dildos. Das war der ganze Witz daran. Das habe ich gezeigt, ich habe es mir im Stream live angeguckt und keine 60 Sekunden später hat mich so ein Typ auf Twitch oder Frau oder was auch immer es war, manuell gebannt. Manuell, das heißt, es hat sich jemand angeguckt und gesagt, das ist anzügliches Verhalten. Kurzer Disclaimer, ein Dildo ist etwas, was höchstwahrscheinlich 99% der Menschen heutzutage in der Hand hatten, gesehen haben, im Schlafzimmer benutzen oder sonst was. Es ist ein Dildo. Ich habe damit, es war nur ein Bild, ich habe damit keine sexuellen Handlungen vorgenommen oder wie die amerikanische Streamerin vor weniger als sechs Monaten, die sich hat live im Stream auf Twitch von ihrem Typen bumsen lassen. Die hat übrigens auch drei Tage, 13 Stunden bekommen. Das heißt, das, was ich getan habe, ist genauso, als wenn ich mich im Stream bumsen lasse von jemandem. Oder andersrum. Und es ist anscheinend auch viel schlimmer als, und da nehme ich euch mit, gewisse Damen auf Twitch, die dort auch unterwegs sind. Man braucht da auf Twitch, also ich habe jetzt meinen Account wieder seit heute, drei Tage sind vorbei und ich hatte dann eben genug damit zu tun und mit nervigen Anfragen ablehnen für so ziemlich jegliche Scheiße, die man zu Weihnachten als Creator promoten soll. Das heißt, ihr werdet bei jedem zweiten Creator jetzt sehen, dass irgendwelche Hanvis wieder Werbung für CyberGhost VPN machen, weil sie Kohle abkassieren und was weiß ich was. Aber ich will euch das hier einmal näher bringen, deswegen heute eben kein COD-Video, sondern einfach mal so freigesprochen. Und ich weiß, ich habe keine Berateragentur, ich habe kein Netzwerk. Ich finde, das ist alles Scam und Leute, die, auch vor allen Dingen Leute, die Full-Time-Creator sind, also Creator nennen wir sie, aber sind es ja meistens gar nicht mehr, dass die jemanden brauchen, der den, während die nichts anderes tun, als einfach nur Videos machen oder streamen, meistens streamen sie ja nur noch, dass die nicht allein klarkommen, okay, ist deren Sache. Aber ich wurde für, ich weiß halt nicht, ob YouTube das erlaubt, es ist halt nur eine Kerze. Ich wurde für eine Kerze gebannt, weil es anzügliches Verhalten ist und währenddessen, ich habe jetzt einfach nur mal Hottyp eingegeben, ja, währenddessen gucken wir uns doch mal ein paar Damen auf Twitch an, die währenddessen von Twitch-Mitarbeitern erlaubt sind. Was ist denn das hier? Das wollen wir doch mal sehen. Sehr schön. Erstmal Twitch-Werbung. Ich bin immer ein großer Fan davon. 1900 Zuschauer. Das Ding ist halt, all diese Damen haben ihren Erfolg dort natürlich nur, guckt euch das an, das ist kein anzügliches Verhalten anscheinend. All diese Damen haben ihren Erfolg natürlich deshalb, weil hier 1912 Leute zugucken. Ich möchte gerne, das war jetzt ja auch vielleicht nur ein Beispiel. Es gibt ja auch noch hier andere, die nicht anzüglich sexuelles Verhalten. Okay, das war, okay, es waren zwei Beispiele. Ich meine, ich habe ja auch schon sehr begrenzt eingegeben. Vielleicht gucken wir uns die hier noch kurz an. Ja, sie hat immerhin obenrum was an. Also, ihr ganzer Körper glitzert in irgendeinem Öl anscheinend und irgendwelche Mit-80er gucken sich das hier an. Aber, wie ihr seht, all das ist normales, erlaubtes Verhalten bei Twitch. Twitch, selbstverständlich, auch das. Ja, und Werbung, Gott sei Dank. Die Werbung rettet uns sogar ein bisschen da. Und all diese Leute auf dieser Plattform sind einfach erlaubt, sind auf Onlyfans erlaubt und sonst wo. Onlyfans, okay, das ist eine Sache, weil die Leute zahlen dafür Geld, dass sie dort sowas sehen können. Auf Twitch ist es erlaubt, während jemand wie ich, der eine fucking Kerze zeigt, die halt aussieht wie ein Dildo, ein ernstes, manuell von jemandem überprüft wird, der da bei Twitch sitzt, keine Ahnung, Mitte 60 ist und höchstwahrscheinlich, als er drauf gestoßen ist oder vielleicht hat es auch einer gemeldet, ist mir eigentlich völlig egal, wie es dazu kam, tatsächlich sich dann vielleicht darin gestört gefühlt hat, eine dieser Damen anzusehen. Und davon gibt es auch genug Deutsche, die meisten davon sieht man mittlerweile auch auf Twitter, weil sie jeden Tag irgendwelche dummen Aussagen treffen und dumme Fragen stellen und das Bild der Frau, wie ich es im Kopf habe, nämlich eigentlich als ziemlich selbstständige Kreatur Gottes, ziemlich ins Blöde stellen, weil sie halt Arsch und Brüste in die Kamera halten, von Gott gegeben kein anderes Talent haben und damit eben Geld verdienen. So, und das ist der Grund, warum ich tatsächlich drei Tage nicht da bin und genau das ist auch der Grund, weil diese Verhältnismäßigkeit einfach gar nicht gegeben ist. Wir als Creator, ob Mann oder Frau, müssen, was Gaming angeht, auf Twitch und sonst wo, höllisch aufpassen. Egal, was wir sagen, es kann innerhalb von einer Sekunde sein, dass euch euer Kanal einfach weggenommen wird. Und das Geilste an der Sache ist, ja, es war live im Stream, euer, wenn ihr gebannt seid, in dem Fall drei Tage, ist euer Live-Kanal nicht mehr zu finden auf Twitch. Es ist, als wenn ihr den gelöscht hättet. Euer Live-Kanal kann von niemandem per VOD aufgerufen werden. Ihr könnt nicht mehr gefolgt werden. Ihr könnt, ihr habt nicht mal Zugriff auf den Account. Also Abos, die weiterlaufen oder sonstiges, wo ich an Twitch bezahle, damit ich Leute wie Sir Hans-Vader oder Outsider oder Knüppel-Paste, Syntarcov-Creator, mit meinen Subs unterstützen kann, werden einfach, keine Ahnung, ich glaube, die werden dann einfach weitergeführt, ob ich will oder nicht. Und danach kann ich mich dann entscheiden, was ich daraus machen will. Und dann kann man Einspruch einlegen, was ich getan habe. Und dieser Einspruch wurde manuell innerhalb von 60 Sekunden bearbeitet, bearbeitet, unverneint, mit der klaren Äußerung. Und wisst ihr was? Ich lese euch das vor. Ich habe dann, wie gesagt, meinen Einspruch eingelegt, schriftlich, direkt eine Minute später und habe um 21.50 Uhr meinen Einspruch abgeschickt und um 21.52 Uhr hat mir Twitch dann geantwortet, ein Mitarbeiter oder sonst was. Hallo Schepperfeuer, wir haben dein Konto kürzlich gesperrt. Grund dafür war anzügliches Verhalten. Wir haben deinen Fall noch einmal überprüft und entschieden, dass dein Konto gesperrt bleibt, weil du gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen hast. Blablabla. Twitch Trust and Safety. Das heißt also, ein Dildo zeigen, was nichts Verbotenes ist, selbst wenn es ein richtiger Dildo gewesen wäre, ist nicht erlaubt auf der Plattform. Arschtitten bumsen lassen und alles andere ist erlaubt auf der Plattform. Nur für alle von euch, die da auch streamen, damit ihr ganz genau wisst, was euch erwartet, wenn ihr etwas tut, was ihr für cool oder witzig findet, unabhängig davon, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, es ist, was den Umgang mit den Creatern angeht, eine bodenlos schlechte Plattform mittlerweile. Leider bietet sie eben als einzige Plattform, eine richtige Plattform für all die Leute, die uns Creatern zuschauen. Die Plattform YouTube, der Stream war cool, der hat Spaß gemacht, aber ich muss euch sagen, solange YouTube nicht in diesem Segment wirklich Schritte macht, wird Twitch es leider noch ein paar Wochen und Monate als führende Plattform bleiben und Kick zum Beispiel ist gar keine Option für mich überhaupt zu überlegen. Dort sammelt sich leider halt auch nur der Bodensatz der Gesellschaft. Also da kann man sich jetzt Orange Morange nehmen oder diesen einen Neandertaler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgendwie Scarrows oder was weiß ich was, was da rumläuft, Leute. Auf dieser Plattform wollt ihr euren Content nicht mit denen vor allem vergleichen. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu mitnehmen, was für eine Plattform Twitch aktuell ist und da uns aber in dem Fall nicht viel übrig bleibt, was Qualität angeht, ist man da so ein bisschen noch dran gezwungen. Ich hoffe wirklich, dass YouTube mit dem Livestreaming-Segment Schritte nach vorne macht, weil dann wird es das Erste sein, was ich da mache. Ich hoffe, euch hat das etwas andere Video gefallen. Wir sehen uns zu den nächsten Videos diese Woche, zu den normalen COD-Videos natürlich. Und es gibt noch eins außerhalb von COD. Ich hoffe, euch gefallen solche Sachen. Ich habe ja auch keine Lust, irgendwie immer nur COD zu machen. Es gibt so viele Sachen, die man irgendwie als Video, als Creator bearbeiten kann. Ihr werdet es gesehen haben, bei deutschen Creatoren, bei sonst was, CyberGhost-Werbung und was weiß ich was. Ich habe Anfragen für Kuschelsocken bekommen, für CyberGhost habe ich bekommen. Dreistelliger Betrag für ein 6-Minuten-Video, abgelehnt. Alter, es ist viel Geld für 6 Minuten und so ein Video zu machen, ist 10 Minuten Arbeit. Da werde ich euch noch ein bisschen drüber erzählen, was euch da alles jetzt zu Weihnachten eigentlich noch erwarten kann. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut rein.